willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja es hat jetzt knappe zwei stunden glaube ich gedauert bis ich diese elendige webcam wieder nach irgendein treiber update zum fliegen gekriegt habe denn irgendwo also die webcam hat schon funktioniert in der normalen software g hub ich habe ja eine logitech webcam aber hier im aufnahmeprogramm bei obs habe ich die ums verrecken irgendwie nicht zum laufen bekommen und das war nicht der grund warum ich heute abend nicht gestreamt habe also heute abend mittwochabend sondern ich war jetzt in den letzten tagen generell so ein bisschen fauler aber ich habe ja auch immer ganz gut ganz nett zu tun und b vor allen dingen in der liga so über den ganzen tag verteilt vor allen dingen abends denn auch meine angriffe zu machen und habe ja nicht immer live gestreamt habe auch gar keine videos gemacht wir sind jetzt schon im sechsten tag aber wir haben den vorherigen tag ja eigentlich der der chris hatte mal wieder hatte ein bisschen pech und das ist wirklich pech leute ich meine das ist euch sicherlich auch schon passiert ihr wolltet euch nur eine base angucken ihr wolltet nur mal eben spickern und klickt dann trotzdem auf angreifen ihr seht das da unten ihr klickt trotzdem auf angreifen ja ein blimp das ist jetzt nicht so viel da holt man nicht so viele prozente mit aber da war ja was drin scheinbar keine ahnung naja war ein bisschen pech ist aber nicht so schlimm trotzdem ist das hier eine gute liga oder eine super liga habt im titel gesehen super liga und ich finde die ganze woche hier mit der liga war in den clans wo ich so überall rennen rumhummel eigentlich ganz es war ganz man kann schon fast von so matchmaking sprechen fast matchmaking also es war sehr sehr fair ist es war jetzt nicht so dass ich mit meinen neunern immer auf elbe angreifen musste und so weiter sondern es war schon war es ist es hielt sich ganz gut die waage und wir sind noch im laufenden klankrieg und auch der schien eigentlich so ein bisschen höllisch schwer zu sein denn der gegner hat so ein bisschen mehr elfer hier aber wir haben das gut aufgeholt und wir haben auch vor allen dingen gut gedefft das kommt noch dazu und der chris hat glaube ich auch hat es ja wieder gut gemacht er hat es dann wieder gut gemacht der chris also gucken wir mal hier rathaus 13 auf rathaus 13 mit drei sterne wie geht er vor ok mit bowler und pecker also pecker smash hier am start mal sehen ob er direkt ja er kommt da direkt mit rein ok kann man auch machen man muss jetzt nicht so obwohl der fahne weiß eigentlich die konnten die können ja nur nach außen rennen ok ja 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 habe ich ich habe noch gar nichts gesehen ich wusste nur dass er drei gemacht hat aber egal mal sehen wie es hier weitergeht die championnatin hier ist ganz ganz vorne mit dabei um die ersten defensiven beutel weg weg zu machen ich überlege jetzt gerade wird er das noch gepackt aber wir gucken mal rein wir gucken mal rein was hat der gegner in der clanburg barbaren hexen ok aber nichts was jetzt aus der luft kommt blind kommt mit dazu also hier im back end gesetzt gegen den feger was natürlich jetzt ein bisschen dusselig war aber jetzt kommt der blimp ganz gut durch und düst ja auch bis zum rathaus rein da sind auch noch mal ich weiß gar nicht was da drin war ich glaube aber auch da sind glaube ich auch noch mal die jettis drin gewesen ok da sind da sind jettis drin gewesen adler ist jetzt auch geschichte tornado falle hat jetzt fast nichts gebracht dem gegner da an der stelle nur so ein ganz kleines bisschen hat er also gestört und da ist noch ganz schön viel bass ich wollte gerade sagen da ist noch ganz schön viel bass über meine herren naja dafür dass ich heute jetzt nicht gespielt hat und auch gestern nicht gespielt habe ja dieser sowieso nicht aber ich bin ja auch ein gucker also ich gucke auch clash of clans und deswegen habe ich natürlich cwc germany beim noobs gesehen und habe auch heute abend den esl qualifier geschaut ja und dann bin ich auch immer selber so ein bisschen im zwiespalt so streamste oder guckste wenn ich streame kann ich nicht gucken wenn ich nicht gucke dann streame ich aber verpasse vielleicht was und deswegen sind mir dann solche sachen solche events dann auch schon mal so ein bisschen für mich ein bisschen wichtiger wir können das schlimmste mal nach und vor allem jetzt über die osterfeiertage wird da sicherlich ein bisschen mehr von mir kommen denn weit reisen ist nicht übernachten ist auch erst recht gar nichts irgendwo also urlaub fällt ja in diesem jahr zumindest zu ostern denke ich mal so ein bisschen flach ist aber nicht so schlimm da müssen wir halt mal durch und je mehr sich daran halten desto eher werden wir diese kontakt beschränkungen los denn so ein bisschen muss ich sagen fehlt mir auch so ein bisschen was also ich bin jetzt nicht unbedingt so ein ultra kontakt freudiger mensch aber ich muss sagen so meine arbeitskollegen und kolleginnen die fehlen mir denn doch schon so ein bisschen denn mit denen bist du eigentlich am tag viel viel länger im normalfall zusammen als mit deiner familie und deswegen nur so ein bisschen so remote sprechen teams und so weiter das ist ist zwar nett aber du hast halt so die nähe nicht so du siehst so ich will jetzt nicht sagen nicht die körper wärme und nicht die gestiken oder so aber wenn wir im teams quatschen dann sind natürlich einige dort nicht mit mit cam dabei und ja dann dann siehst du die die gefühle auch nicht über wie matschig die leute gerade aussehen weil sie irgendwo im pyjama wahrscheinlich gerade am meeting teilnehmen ist aber nicht so schlimm wir sind alle da wir sind alle on top okay der max ist hier auch on top der max ist immer sehr sehr cool hier mit hybrid angriff auf ratos 12 also 12 auf 12 hier und auch drei sterne wir führen im moment in diesem ck hier obwohl wir auch ein sterner hingelegt haben aber wir haben schon mehr drei sterne als der gegner und der gegner hat auch schon ein sterne hingelegt das heißt also der müsste eigentlich obwohl er so ein bisschen verloren aussah dieser klarkrieg hier müsste er eigentlich zu gewinnen sein aber ich werde nicht toto wenn ich nicht mit euch noch und live angemacht ja ich muss auch noch ran hier ich habe auch nur noch ein paar minuten zeit ich habe es extrem spät angefangen und im discord ging auch die stimmen so ein bisschen auseinander so nach dem motto toto wann kommst du und um 10 hat dann keiner mehr daran geglaubt dass ich noch komme also dass ich noch online komme war auch nicht so denn ja ich meine klar wetter wird ein bisschen besser da bist du ein bisschen länger draußen aber man ist dann auch alleine man ist dann auch alleine naja sei es drum genug rüber geschwafelt hier geht es mit dem queen charge weiter und richtung gegnerischer queen und richtung gegnerischen king ok mal sehen ob die beiden noch fallen hier im gut da gibt es ja jetzt schon richtig pfeffer hier für die 65er queen ich werde gleich übrigens auch ich denke mal mal sehen ob ich gleich macht hand nehme um mein angriff hier noch durch zu bekommen denn ich muss noch in 23 anderen dörfern angreifen das habt ihr jetzt im live stream gesehen wo ich glaube ich zwei oder drei gleiche titel hatte auch auf twitch einfach mal liga live live planung live ausführung ist eine coole sache muss ich so sagen ich bin auch froh wenn die liga hier erst mal vorbei ist und so ein ruhe einkehrt so ein bisschen wieder normaler alltag clash of clans alltag neben der arbeit und ich bin in jedem fall ganz ganz viel zu hause oder hier um mein heim herum in den osterferien jetzt oder beziehungsweise über ostern weil ich auch noch bereitschaft habe ja da bin ich sowieso nie so einen super reisender also so dass ich weit weg fahre aber ich denke mal so eine radtour ist immer drin notebook einfach hinten hinten auf dem gepäckträger in so einem karren drin und wenn dann not am mann ist dann kann ich das auch im mod machen aber so richtig das was man eigentlich geplant hat auch über ostern findet ja leider hoffentlich auch für euch nicht statt haltet euch einfach daran was uns aufgetragen wurde ich glaube je mehr wir uns daran halten ich weiß nicht der eine sagte es ist gut so der andere sagt es schlecht so ich meine wir haben jetzt wenig infizierte oder eigentlich viel zu wenig um noch weiter prüfen zu können und testen zu können aber ich bin hier ganz infiziert jetzt ich habe noch 21 minuten zeit okay ist aber ist aber auch nicht so schlimm ihr seht das hier in den statistiken wir haben drei sterne dreimal drei sterne der gegner hat einmal drei sterne wir haben zwei einsterne und der gegner hat schon drei einsterne also eigentlich hieß es jetzt eben auch wenn jeder hier sogar nur ein stern jetzt holt von den verbleibenden angreifern müssten wir gewinnen sie müssen halt nur noch angreifen das ist meine sorge ich meine mein angriff wird jetzt ganz ganz sicher sein alter ist das hier in der riesen base guckt euch das mal an wie viel da drin steht da steht auch nicht mehr drin als bei anderen zwölfern weil sie sieht nur so fürchterlich überladen aus was heißt überladen also so groß ist viel und das muss sein drei minuten packen hier aber der baba king hat gepackt habt ihr schon gesehen drei sterne werden es in jedem fall hier mit hockey rein okay und einem naja hat jetzt gleich die queen am start mit heiler worden mit dabei und er ist du kommst gar nicht der ferdinand kommt gar nicht so richtig weiter sehe ich gerade 50er queen 50er king das ist immer noch rathaus level 11 niveau gibt es da keine bücher bei dir ferdinand ok sprung zauber richtung rathaus und ja ja kurze trennung gehabt aufnahme läuft noch kurze trennung gehabt und dann geht sie richtung rathaus erstmal jetzt das rathaus machen aber das war es ist auch erst ein 1er rathaus also da ist das ist jetzt kein ding für eine 50er queen ich habe es gleich ein ganz kleines bisschen schwieriger aber da kommt der ferdinand auch noch hin denn auch der level natürlich seine helden hier ganz ganz brav weiter aber ihr seht schon 21 ist der worden schon und ich habe jetzt doch relativ gut immer bücher gehabt behemmer gehabt und habe sie auch genutzt das ist nicht da habe ich nicht mit allen accounts glück mit mit dem avatar hier habe ich ja relativ lag im moment deswegen habe ich auch relativ wenig wenig james oder juwelen mir wurde jetzt nur ich glaube in der ganzen zeit ein oder zwei mal bücher angeboten ich habe jetzt auch ein buch könnte auch einen helden hoch machen habe aber im moment nicht genug elex ich wollte eigentlich in worden weiter hoch hoch machen aber wir gehen gleich in mein dorf mal rein und dann gucken wir mal was der status ist schön gemacht hier mit den vielen vielen hocks er hat immer noch ein heilzauber drei lohn's okay wo die kommen jetzt da ist natürlich ein bisschen dusselig die sind alle diese diese marke alle draufgegangen ferdinand okay aber er hat die defensiven hier angekratzt leicht das heißt die hog rider müssen da nicht mehr ganz so viel drauf machen und queen machte eine mitte irgendwas ja eine mauer um das an das lager dazu kommen also die hauptarbeit haben in jedem fall die hog rider erledigt schöner angriff schön gemacht hier rathaus zwölf auf rathaus zwölf und beide auch noch nicht so hoch also weder der gegner noch der baba king hier und eine coole sache ich habe mein angefeld schon vorbereitet ich kann in jedem fall direkt durch machen aber ich muss erst mal ja ist es eigentlich wie im stream leute ich habe mein schwarzes glas hier gefüllt mit ultra klaren kristallklaren wasser und habe auch ich habe sogar erdnuss am start ja irgendwie wie im stream aber trotzdem habe ich nicht geschrieben naja eben noch ein bisschen zielwasser nehmen und mal checken was ich an armee an armee dabei habe ich habe jetzt dabei drei hexen acht jettis den ein paar wutzauber beziehungsweise nicht wutzauber sondern auch erdbeben zauber und auch in der clan book habe ich bei jettis drin mit kaserne ich bin mal gespannt wie das funktioniert erstmal eben den worten umstellen und dann können wir glaube ich in den angriff eingehen ok wen muss ich machen ich muss gehen hier machen dann machen wir mal ich habe mir was ausgedacht rathaus steht hier ganz aus ich muss mal gucken wie ich da am einfachsten dran komme vermutlich mit meiner queen und und einem queen charge ich muss mal sehen ich wollte ein bisschen breiter pfanne wir gehen einfach mal rein wenn es dann da unten jetzt ein bisschen zu eng wird dann kann ich sicherlich noch mal wechseln ich habe hier die kaserne am start wunderbar und würde ich aber trotzdem beginnen mit einem lohn ok da schon mal troll tesla wunderbar und dann kann ich hier die setzen dann nehmen wir hier noch mal zwei uns rein und machen das lager weg damit meine queen auch garantiert richtung rathaus läuft und das rat schon mal weg snackt jawohl das macht sie auch die geht jetzt gleich sicherlich zur luftabwehr und da muss ich mal sehen wo die danach dann hin rennt denn die soll eigentlich nicht nach hierhin rennen da muss ich jetzt mal eben den king schicken dass die ein bisschen weiter wegläuft der king muss das machen jawohl wunderbar dann kann ich hier unten mit meiner kaserne starten auf ecke da kommt ja schon die klaren burg ok da kommt schon die klaren burg und dann machen wir uns hier das machen sie das loch mal auf wunderbar schicken die dietis mit rein drei hexen hier durch und den wunderbaren worden der auch auf steht das sieht noch ganz gut aus ich habe jetzt noch ich habe noch mal auch noch mal ein mager dabei und aus meiner klan burg kommen dann ja auch ein paar geht es noch aus wunderbar das sieht ganz gut aus hier jetzt muss ich glaube ich hier glaube ich mal so ein bisschen die helden mit in frost nehmen aber wir brauchen ja wir brauchen ja nur die zwei sterne hier und ich habe jetzt auch keinen weiteren wutzauber mehr deswegen muss ich mir jetzt mal muss ich mir das jetzt mal auf sparen wo wir denn jetzt eigentlich noch den frost zauber nehmen erst mal die queen die queen war ganz ganz eng gerade die queen war gerade ganz ganz eng ich muss hier kosten denn die queen kommen halt auch mal die queen die hat doch gerade so viel schaden gekriegt auch nö scheiße naja aber die sind da hinten noch ganz gut unterwegs sehe ich gerade dann können wir da noch mal magier setzen und den bogenschützen dahinter hier unten sind die jettis auch noch dabei ja drei sterne werden das glaube ich nicht aber ich glaube es wären super zwei sterne mit richtig vielen prozenten das glaube ich das wichtige gewesen vielleicht wird es auch ein zeitfehler ein time fail aber die jettis haben jetzt keine keine heiler mehr aber es sind noch ganz schön viel am start hier allerdings noch ein single entfernung hier unten hatten wir eben noch eine hexe ok der x bogen bleibt allerdings aufstehen und jetzt guckt mir schon einer zu weil der angriff wahrscheinlich so lange dauert könnte man meinen es wird drei stellen aber es wird kein drei sterne es wird entweder ja es wird denke ich mal doch ein time fail obwohl jetzt noch ein paar jettis hier richtung der defensive reingehen allerdings grillte jetzt der inferno turm ein nach dem nächsten das waren gerade was ein pecker an ich hatte ich hatte hier jetzt noch noch mit dabei aber 88 prozent ich denke mal das ist absolut in ordnung für mich beziehungsweise 89 wird wird das ein prozent guck mal die springen noch mal ein bisschen rüber 90 prozent okay das sieht aber ganz gut aus dass ganz stabil zwei sterne wunderbar kann ich super mit leben hier und auch unser klang dann also mit leben 27 sterne haben wir jetzt schon zwei angriffe haben wir noch wer denn noch eigentlich noch offen der robs hat noch offen also ein sicherer angreifer und auch baby bestand noch offen kann ich noch einen mit rein hier in die folge ja komm ich habe jetzt zwei tage auch keine folgen gemacht dann nehmen wir noch mal nehmen wir nehmen wir die noch mal hinterher aber ich nehme ein paar was müssen eigentlich hier noch ausbilden an super truppen kobolde oder super barbaren oder halt die fass rolle aber ich habe im moment ja die fass rolle am start das heißt wir brauchen mindestens vier stück davon 1234 wunderbar dann kann ich noch etwas ausbilden und will wir lassen das mal so will obwohl das das muss ich nicht so machen da können wir ruhig ein zwei sprung für nehmen ich glaube so ist das ein bisschen besser belagungsmaschine habe ich ja meine nicht verbraucht also ich warte mal noch auf den angreifer denn wir haben nur noch ein paar minuten dann nehme ich den nächsten noch live für euch mit rein na super na super na super ich war ein bisschen zu spät der robin hier hat die nummer vier gemacht mit zwei sternen denn wir warten immer noch auf einen angriff okay da war ich jetzt hatten da war da war ich gerade leider antiken zu spät allerdings haben wir jetzt auch schon gewonnen der gegner hatte ja schon 15 angriffe wo man sich doch mal retour an hier haben es nur das ende von mitbekommen ich war jetzt gerade irgendwie bedanken ich habe mein mein meine videos gerade die ich jetzt eben aufgenommen habe also die teile die ich immer so ein bisschen zusammenschnippel habe ich mir gerade ein bisschen quer gehört und ich war von der stimme her glaube ich heute nicht ganz so cool drauf muss das mikro mal ein bisschen weiter weg nämlich habe ein bisschen übersteuert in den ersten minuten oder in den ersten 20 minuten nah nicht ganz 20 minuten das muss weiter laufen ich habe immer eine stoppe nebenher am laufen damit ich ihn etwas sehe wie weit ich oder wie lange ich eigentlich gerade schon aufnehmen nicht dass die folge wieder so 30 40 minuten geht ich merke ich merke dann nicht und stelle dann fest das ist ein bisschen viel okay aber der robin hier auch eine sichere kiste übers rathaus und holt sich das schon mal in dem moment hatten wir übrigens schon gewonnen mit dem einstellen glaube ich und daher auch in jedem fall zwei macht außen kommt noch der blind zum einsatz der schafft aber auch nicht mehr a doch dem den entfernung schafft er da in jedem fall aber das war es dann auch und da ist ich finde da ist der value nicht ganz so hoch ja okay da ist noch eine kanone auch doch das ganze eck rausgenommen doch doch noch mal die ganzen maiz haben noch die ganze ecke da hinten rausgenommen wunderbar sah erst gar nicht so aus da ist gar nicht so aus aber ihr wisst ja dass so ein blimp jetzt nicht mehr so viel schaden am rathaus macht denn das rathaus ist auch ein ressourcen gebäude und dadurch machen die yetis nicht mehr so viel schaden dran ist er geändert worden mit dem letzten update was auch durchaus in ordnung ist dafür haben wir jetzt die super kobolde die können wir jetzt mit dem blimp schicken okay dann das ende haben wir jetzt eben schon gesehen naja in jedem fall haben wir diesen angriff gewonnen super gemacht in der robin und 29 ein angefahren noch mal sehen ob baby best doch noch reinkommt für morgen hat zeit okay könnten wir eigentlich mal ebenso einen ein dazwischen bauen na warte mal und das sieht sehr gut aus hier damit halten wir uns ganz gut in der liga hier also meister liga 3 das passt ganz gut für uns ich denke mal das ist eine gute eine gut zu uns geschnittene liga im moment ist sehr 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 fair was die begegnung angeht also es gibt jetzt es gab jetzt glaube ich ein clan ich meine wir mussten gegen ein clan dran wo alle oder wo viele von viele zwölfer auf 13 hitten mussten aber dass auch das haben wir irgendwie hingekriegt mit zwei stern und den haben wir in jedem fall gewonnen das heißt wir haben dann ein grün zwei grüne drei grüne und die vierte runde kommt ja jetzt noch da die ist gegen sky clan wo ist der moment okay der ist noch leicht vor uns und gewinnen die oder verlieren die das ist ja auch immer interessant sky clan gewinnt sky clan gewinnt auch okay dann das heißt wir laufen dem so ein bisschen hinterher aber liga erstmal halten hier aufstieg ist noch nicht so weit da müssen wir noch ein bisschen da müssen wir noch so ein zwei drei liegen spielen hier alle müssen ein bisschen leveln und dann klappt das hier auch schon ich hoffe die folge hat was ganz gut gefallen sorry nochmals dass ich nicht live war jetzt am mittwoch dafür haben wir jetzt das osterfest vor uns also und donnerstag freitag ostersamstag oder sonntag ostermontag oder sicherlich auch ein bisschen was machen können ich hoffe das ist auch für euch in ordnung also twitch tv link ist in der beschreibung immer unten drin und dann sehen wir uns am wochenende mit weiteren videos wahrscheinlich auch ich muss mal gucken wie ich so aufnehme aber ich war jetzt auch ein bisschen ultra relaxed mal ich habe mal gar nichts zu papier gebracht ist manchmal so manchmal ist es halt so dann gucke ich mehr als dass ich selber was mache aber ich hoffe ihr verzeiht mir und guckt nach wie vor meine video folgen vielen dank fürs zuschauen bis dahin leute euer tuto so 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 so